Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Ultimate Parcours Challenge. To The Ultimate Parcours Challenge. Ja, Tom und ich sind immer noch am Verzweifeln des NRPlan Parcours. Aber wir gehen davon aus, dass irgendjemand von uns beiden gewinnen wird in dieser Folge. Ne, Tom, gehst auch davon aus, ne? Oh, ich sterbe erstmal nur. Oh, ich hab noch anderthalb Herzen. Ist die Difficult vielleicht umgestellt worden, weil der überhaupt gar nicht mehr so schnell regeneriert. Ja, sieht so aus. Vorhin habe ich das Gefühl, dass NRPlan im... Neuerdings im Lichtdingens Modus... Wie heißt der denn? Im Normal Modus? Äh, dass NRPlan im Peaceful Modus nicht mehr so viel Fallschaden machen. Oder doch? 2,5 Herzen. Aber die regenerieren so schnell. Was ist das denn? Schaff ich den Sprung denn jetzt nicht mehr? Ich stehe jetzt den König. Okay, dann dahin. Dann dorthin. Dann jetzt nach da oben. Und ich sag bitte nicht schon den Boden berühren. Ah, das ist gut. Behind this wall. Guck mal, hier kann ich jetzt wieder ein bisschen spammen. Ja, es kam auf jeden Fall ein an. Das ist gut. Wer ist jetzt durch dieses Loch durch, ne? Ich hasse dieses Loch. Hä? Kannst du über das Loch rüber? Ich bin gerade tatsächlich, ne? Ja, also ich hab's ja jetzt geschafft. Aber ich bin tatsächlich gerade mitten durchs Loch durchgeworfen. Hab ich die NRP durchgeworfen. Und der kam nicht an. Äh, und der kam nicht da hinten an. Oh, jetzt wieder hat es nicht funktioniert. Nein! Ich war doch drinnen. Nein! Ich war da drinnen, ey. Das ist so nervig. Nein! Jetzt hab ich wieder die Ecke erwischt. Oh, das ist so nervig, ne? Boah, ich komm schon wieder voll gut voran, muss ich gerade sagen. Also. Ich nicht. Mal gucken. Ja, einer findet... Boah, Alter! Boah, das war richtig Glück, ey. So, jetzt kommt das. Man kann da rüberwerfen, Tom, über das Loch. Ja. Und kommt trotzdem auf deiner Seite an, oder was? Ja. Wenn du springst. Ne, die ging aber jetzt gerade durch. Weiß ich nicht. Aber ich hab's geschafft wieder. Alter. Ich komm nicht mehr da oben rauf. Kommt der an? Ja, der kommt an. Ja. Och, Mann. Das ist so hässlich, wenn man einfach... Lol. ...unterfällt. Ja, lol. Alter. Ich war fast durch. Ich war fast durch. Herr, Tom, nimmst du jetzt wieder nur vier Stacks mit? Nö. Ja, okay. Weil der in der Pillen nicht so lang. Ja. Weil ich nie aufsammeln kann. Und... Ja. Och, Mann. Jetzt bin ich wieder verkackt. Jetzt hab ich ausversehen. Ich komm da oben nicht mehr rauf. Ich pack in der Wand rum. Boah, ist das jetzt nicht mehr. Also, da oben drauf zu kommen, ist jetzt eigentlich nicht so schwer, finde ich. Ich muss ja nur den richtigen Winkel nehmen, aber... Ja, ich hab das ja gestern auch rutschaut. Ich hab da noch nicht mehr. Leut, davon kam keiner an. Boah. Och, Mann, jetzt bin ich schon wieder tot. Nein! 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 Oh, mein Gott. Oh. Na, jetzt komm noch da oben an. Nein! Nein! Oh, da sehe ich dem Senderperle. Puh. Und die kam nicht an. Oh, nein! Das war jetzt wieder. Meine ersten Würfe waren jetzt schon so gut und jetzt verkack ich wieder hier vorne. Genau, genau so in der letzten Aufnahme. Ich war auf jeden Fall in der anderen Aufnahme besser. Ich bin jetzt, glaube ich, tatsächlich ein bisschen besser. So. Nein! Nein! Boah! Alter, ich hab so viel Lack, ne? Das sieht nur so aus, als ob die NRP darüber fliegt, aber fliegt sie tatsächlich mittendurch, ey. Oh, nein, den hab ich da rüber geworfen. Nein! 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 Genau und wieder auf die Kante! Oh! Mann! Das ist so scheiße, wenn man verkackt, wenn man auf die Kante fliegt. Hä? Nein! Oh ja, ich auch. Ja, geschafft. Boah, easy. Nein, der war schlecht. Kommt der noch an? Kommt der noch an? Kommt der noch an? Kommt der noch an? Nee, der kommt nicht an. Hm. Loll. Och, maaannn. Ah, ich hab's überlebt. Das ist gut. Ja. Ich hab's geschafft. Einer von denen muss noch ankommen. Oh, der war gut. Ja, der kann man. So. Jetzt komm wieder da oben durch. Tom, schaffst du's jetzt? Oh, fast. Tod. Aber ich glaub, dahin ist ja schon dann bald das Ziel, ey, wenn man durch diese Ringe durch ist. Auch wenn ich noch nicht weiß, wie man auf diese Ringe durchkommen möchte. Wo ich glaub, ich muss doch meinen ersten Trick machen, den ich zuerst versucht habe. Ja, das hab ich schon wieder geschafft. Oh, wie oft ich da einfach, einfach runterfalle. Einfach, 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 runterfalle. Einfach, einfach, wenn... Einfach, einfach, einfach ist. Einfach, maybe, einfach, einfach. Tim, keine Werbung machen jetzt hier. Hä? Ist das Werbung? Nee. Der Spruch ist Werbung. Und nicht geschafft. Mann, jetzt wie ich da schon wieder gegen die D-A-Kontake gekommen bin. Nein, bitte, bitte tötet mich nicht, dein Appell. Ach, gut, danke. Das regeneriert doch etwas schneller. Warte. Wollte ich mich verarschen. Was ist denn? Ja. Der Sprung ist jetzt echt nicht so der schwerste. Ich hab's geschafft, hier hinzukommen. Boah. Alter, dadurch Lack. Dass die nicht noch angekommen sind. Ups, Salah. Weil der Sprung uns verschaltet. Das hab ich geschafft, ja. So, jetzt oben drüber, das nehm ich mittendurch. Ja. Boah. Mist. 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 Nein. So, das hab ich jetzt auch geschafft. So, jetzt komm ich wieder da oben gegen. Ich weiß nicht, ich werf da oben drüber, was macht der? Wo ist die Enderperle hin? Ich kann die Enderperle nicht rein, sondern die haben Spawn bei mir rumliegen. Das ist doof. Snash Time Set Null. Komm, 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 komm. Da, 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 ich falle ins Nichts. Ich glaub, ich stell jetzt mal einfach die Höhener, das sind sie auf 32 Chunks hoch. Ne, 32 Chunks ist viel zu hoch, könnte nur sein. Mach ich die erstmal auf 24. Wobei die irgendwie nicht weiter lädt, dann steh ich die einfach wieder runter auf. 18. Ach, ist das schön hier, ey. Das bringt ja so viel Spaß, dieses Jump'n'Run, ey. Hm. Vorher, weil es in Anführungszeichen ein Jump'n'Run ist. Ich find, Enderperlen sind kein Jump'n'Run. Ich hab's geschafft. Geschafft. Dann hast du ja das Battle gewonnen. Ja. Obwohl, ich bin noch im angehenden Versuch, warte kurz auf mich. Ja. Hätt'n, ich schaff's jetzt auch. Nein, okay, ich schaff's nicht. Tauben, 323. Oh. Ja, hier hätte man noch längst gewusst. Ja, kannst aber auch einfach oben drüber werfen. Okay. Wollen wir dann noch was Neues starten? Congratulations, baby. Weiß nicht, 13 Minuten sind jetzt ungefähr um. Komm, wir machen mal Explosive Parcours. Explosive. Go, go. Explosive. Eins versus eins. Hallo? Wo bist du hin? Ich bin weggeportet. Wenn ich eins versus eins umgelegt hab. Ja, jetzt wirst du auch weggeportet. Ja, zum Sworn. Warum wird man dann zum Sworn geportet? Ah, nun. Warte, was wollte ich mir jetzt mal... Ne, Ender Games nicht. Ach ja, Explosive haben wir jetzt. Okay. Back to spawn on off. Ähm, ja, das haben wir jetzt eingestellt. Ich würd' sagen, wir lassen das einfach jetzt bei 14 Minuten ungefähr. Die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und im nächsten seht ihr dann den Explosive Games Parcours. Oder was auch immer das jetzt war hier. Bis dann, bis dann und ciao.